Also wissen Sie, ganz allgemein heißt es ja da und dort, die Tradition der großen Samstagabendunterhaltung sei bedroht. Wissen Sie ja alle, der Frank Elsner hört auf und der Thomas Gottschalk. Also zu 99,9% wird er im Jahre 1999, wetten wir es nicht mehr machen. Und ich meine auch Michael Schanze und Rudi Carell, ob die im Jahr 2025 noch Samstagabend-Sendung machen? Wer weiß das? Wer weiß.